Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossout Spaß. Ich muss mir endlich mal die Elektronikteile verdienen. Außerdem muss ich heute eh noch meinen Benzin leer machen. So schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Klatsche. Ja, ich nehme eine Klappe. Damit ich endlich mal den Redchair bauen kann hier. Da fehlen mir noch Elektronikteile. Mittlerweile fehlt mir sogar Kupfer, weil ich so viel anderes Zeug gebaut habe. Das kostet eine Redchair eigentlich gerade. Ah ja, das ist gut der Preis. Ich glaube, den verscherbele ich dann. Den Reggie. Dann ist die Frage, ob ich mir direkt einen Draco kaufen soll oder einen Draco bauen. Weil mein nächstes Ziel wird ein Flash sein. Und für den Flash brauche ich einen Draco. Allerdings habe ich auch noch genug Dracos. Ich brauche einen Draco und einen Spark. Und ja, Draco und Spark hätte ich da. Ich meine, den Spark brauche ich dann eher nicht mehr, wenn ich einen Flash habe. Die Frage ist, ob ich einen Draco abgeben will. Aber ich denke schon. Weil ich habe in letzter Zeit echt nur noch das Auto mit den zwei Dracos und dem Spark benutzt. Ein CW, weil ich das irgendwie cooler fand. Weil dann sind die halt langsam. Da dauert ein kleines bisschen länger, bis man sie weggebrannt hat. Aber dadurch, dass sie langsam sind, kann man sie auch voll schön so vom Schwarm trennen. Oh, ein Incinerator haben wir dabei. Das muss ich gerade überlegen, ob ich die zwei Incinerator auch noch habe. Aber ich glaube, die hatte ich nur, als ich Dracos gebaut habe. Ich könnte mal gucken, ob ich da noch irgendwas rumfliegen habe, was ich eigentlich verscherbeln wollte. Oh, ich habe einen Midenleger gekauft und jetzt ist der Preis gesunken vom Midenleger jetzt. Müsste ich den mit Minus verkaufen? Das ist natürlich etwas blöd. Ich warte einfach, bis der Preis wieder hoch ist. Zur Not verkaufe ich ihn so, dass ich gerade so Gewinn mache. Aber bisher sind eh nicht viele im Verkauf von den Midenlegern. Also wenn zwei Stück verkauft werden, dann habe ich wieder einen guten Preis. Ich weiß nicht, warum die Leute immer so weit runtergehen, wenn die Steuhe verkaufen wollen. Also ein bisschen runter ist ja okay, aber gleich so um 200 Coins. Das ist immer tragisch. Vor allem, wenn man es mit der Absicht des Gaunerns gekauft hat. Apropos tragisch, auf der MIP war es heute auch tragisch. Im CW, das war nicht so schön irgendwie gelaufen. Aber schade, hier hinten in der Ecke bin ich zerstört worden. Deshalb will ich hier eigentlich gar nicht in die Ecke jetzt. Das Trauma kommt wieder zurück. Aber was soll's. Im Großen und Ganzen habe ich fünf Runden gewonnen. Da ging es eigentlich. Achso, ich kann auch dazu sagen, zu meiner Verteidigung, dass ich nur fünf Runden gewonnen habe. Heute war Montag gewesen. Und Montag ist es immer, dadurch, dass ich frei hatte, konnte ich schön CW zocken. Aber die erste Stunde waren wirklich nur die Harten unterwegs. Da haben wir ganz schön die Packungen kassiert. Da haben wir fast nur gegen Top Ten gespielt. Und das war echt ernüchternd, sag ich mal. Und gerade Montag ist es am Anfang der Woche, wo alle 94 Punkte haben. Da verliert man auch bei denen noch ein paar Punkte. Aber ich meine, so am Samstag ist es egal. Wenn wir Samstag gegen Top Ten verlieren und sind Platz 25 oder so. Oder Platz 18. Da verlieren wir so einen Punkt oder so. Und gegen Erste und Zweite verlieren. Ah, Montags haben alle noch nicht so viele Punkte. Da ist es noch mieser. Allerdings, wenn man gewinnt, kriegt man halt auch eine Menge Punkte dann. Gegen die großen Clans. Aber jetzt auch nur am Ende der Woche wichtig. Wichtig ist, dass alle ein bisschen Jura anverdienen. Das ist immer cool. Weil wir sind hier eh mehr durchgemischt. Wenn wir jetzt nur mit einem Team gespielt hätten, dann wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Na ja, draufschissen ja. Oh ja, leere Games. Tja. Ja, umso ja, läuft es ganz gut. Na gut, ist ja auch ein Raid. Da ist tragisch, wenn es nicht läuft. Allerdings, vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen, weil ich habe echt schon lange kein Raid mehr verkackt. Vorhin habe ich einen gemacht, da bin ich das erste Mal seit langem wieder zweimal gestorben. Da habe ich gedacht, oh Gott, muss ich jetzt so ein Paket einsetzen? Aber der Boss hatte noch ganz wenig Leben und die anderen haben es gut gemeistert. Der ist halt auch nur auf mich gegangen, so der am Anfang. Der hat mich richtig zerstört. Obwohl ich voll weit weg stand. Es standen zwei Leute noch vor mir und ich stand ganz hinten, habe mit dem Cyclone so gemütlich draufgeschossen. Der hat aus allen Rohren auf mich gefeuert. Da bin ich gestorben und habe gedacht, na ja, jetzt ist doch egal, jetzt bin ich eh tot. Beim zweiten Mal ist eigentlich nicht so das Problem. Da bin ich hingefahren und er hat wieder auf mich geschossen. Manchmal hassen einen die Bosse einfach. Das kann doch nicht am Schaden oder so gelegen haben, weil ich glaube nicht, dass ich schon so viel Schaden gemacht hatte, so schnell wie ich zerlegt wurde. Naja, manchmal sind die Bosse einfach echt mies. Es gibt immer diese Runden, wo man einfach das Gefühl hat, dass alle Bots auf einen gehen. Ja, also knabbern wir uns doch hier schön durch. Ich glaube aber hiernach mache ich nur ein paar Runden um Destructor. Das hat voll Spaß gemacht. Destructor macht eben jetzt ziemlich viel Spaß. Wenn ihr irgendwie dazu kommt, macht euch die Destructor mal klar. Die sind echt billig und die sind saustark. Für CW ist halt so, da ist der Destructor auch gut, aber ich glaube so richtig geil ist er da auch noch auf dem Hover. Also ich habe ihn jetzt im CW noch nicht gefahren, obwohl ich eigentlich geübt beim Destructor bin und gut schießen kann. Aber ich habe noch kein richtiges Auto gefunden, wo es dazu gepasst hätte. Ich habe es mal überlegt, auf eine Spinne zu machen. Das könnte ich eigentlich mal machen. Ja, aber ich weiß nicht, ob da die Spinne, da müsste ich auch die andere Kabine nehmen. Und dann machen sie wieder nicht so viel Schaden. Ich meine, die sind auch so böse ohne den Kabinen-Buff und so. Aber der Kabinen-Buff ist halt nochmal, das ist aber ein Zacken Schärfe, sage ich mal. Vor allem ist es richtig fies, wenn einer eine Trombone dabei hat oder eine Mastodon und heizt die so auf. Und ihr könnt dann direkt nur auf Aufgeheizte schießen. Dann ist das Rack der halt richtig tödlich. Hallo, ich will auch drauf schießen. Na, obwohl jetzt war meine Waffe eh heiß. Die Gang, als er davor stand, da konnte ich nicht so richtig drüber ballern. Der ist voll auseinandergefallen, wie er vorbeigeheizt ist. Ah, ein Incinerator ist schon fein. Also, ich will auch nicht so richtig drüber. Ich bin dran. Und das war meine Waffe. Denn ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Jawohl, er hat es schön mit seinem Schild abgefangen. Ich glaube, die waren für mich bestimmt, die Kugeln. Ich kann meinen Schild noch nicht einsetzen, aber meistens, das bringt auch nur gegen so ein paar Waffen was hier richtig im Raid, deshalb habe ich das erstmal zugebaut. Und beim Boss ist es halt cool, wenn ich dann nochmal das Schild auf Verstärkung habe am Ende, wenn er mir so eine volle Breitseite gibt, weil der Boss, der hat ruckzuck vorne aufgeschossen. Und dann kann ich auch mein köstliches Schild einsetzen. Aber ansonsten hat es mir überhaupt keine guten Dienste geleistet, irgendwie gegen die Bots, wenn ich von Anfang an das Schild offen hatte. Oder ich müsste den Bild halt komplett überarbeiten. Aber der funktioniert und ich habe irgendwie keine Lust, ein neues Raid-Auto zu bauen. Das würde ich frühestens machen, wenn ich wieder zwei andere Waffen hätte für Raids. Ja, es klappt doch super hier. Einwandfrei. Wie sieht der Turm aus? Sieht noch gut aus. Ist mein Radar noch da? Ja. Gut, der Radar ist halt... Es ist halt kein Doppler. Das merkt man. Weil ich sehe sie nur, wenn sie draußen sind. Solange sie noch hinter Deckung sind, sehe ich sie noch nicht. Jawohl, der kommt nicht mehr schießen. Einen hat sie erwischt. Ach, das war jetzt dein erster Tod. Das ist noch fresh. Oh, ich steht ja einer neben mir. Der ist ja doch schon wieder. Spang-Jeeper. Jawohl. Die Waffen einfach abgefallen sind. Das mag ich halt auch voll an der Spinne, die ist so hoch. Ich kann aber viele Hindernisse einfach drüber schießen. Trotzdem wissen die Bots nichts so richtig anzufangen, wenn sie hinter der Deckung stehen. Ah, der stirbt mit einem stinkenden Flash. Jawohl. Oh, der sieht aber auch nicht mehr gut aus. Ach, hallo. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hab das Ding einfach totgelaufen. Oh, wer was ist da? Oh, oh, oh. Das meine ich ja. Er gibt mir die volle Breitseite. Das war übel. Naja, egal. Hab noch ein Leben gehabt. Alles gut. Wenn der andere jetzt seinen Incinerator da drauf gibt, ey, dann ist der auch ruckzuck weg. Komm schon, ein Incinerator, Mann. Oh. Scheiße, jetzt hab ich zu Incinerator gefressen. Hier hab ich auch ein paar Waffen runtergeschossen. Der hat nur noch den Flash, oder? So, erst den Boss und jetzt hier. Oh, es sind aber noch viele. Ah, mein Radar ist weg. Oh Gott, sieht schlecht aus für mich. Ich hab denen fast alle die Waffen runtergeschossen. Dürfen nicht mehr viele Waffen haben. Oh, der hat noch Waffen. Drei Flashes. Scheiße. Und der mit den drei Auroras. Oh, fuck. Schafft der andere das noch? Nein, ich hab noch acht Reparaturkits. Zunutze hat sich eins ein, aber ich guck erst mal, ob er es vielleicht noch schafft. Ich mein, es hat nicht mehr viele Waffen. Ja, nee, das sieht schlecht aus, glaub ich. Ja, sieht schlecht aus. Ja, da hat er auf jeden Fall noch Waffen. Eine. So, und jetzt die scheiß Aurora, die hat mich in die Knie gezwungen. Ne, die ist auch noch da. Wer war das mit der Helios? Wer hat mir wehgetan? Du, oder was? Ja, gut, jetzt haben sie nichts mehr. Ein Reparaturkit geht klar. Das war, weil ich es am Anfang gesagt habe. Heute ist der Tag für die Reparaturkits. Das ist natürlich tragisch. War ich wenigstens Erster? Jawohl. Ja, gut. Die anderen sind tragisch gestorben. Gut, ich bin auch tragisch gestorben. Yo, ich habe ein Icarus verkauft. Edel. Gleich zwei. Habe ich es alle vier verkauft? Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, gleich was Neues kaufen. Was kaufe ich mal? Was kaufe ich mal? Jawohl. Mit den vier Icarus habe ich wenigstens 200 heute verdient. Das ist okay. Ah, hier der Minenleger. Ihr seht es, die Preise fallen weiter. Das ist schlecht. Ach doch, ich mache trotzdem Gewinn, wenn ich ihn so verkaufe. Ja, dann lieber weg damit, bevor er zu billig wird. Mal ein Boot abbrechen. Ich dachte, ich hätte einen teurer gekauft. Scheiße, er wäre eben vielleicht schon losgeworden. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, mickrige 70 Gewinn. Aber was soll's? Besser, als wenn ich Minus mache. Gewinn ist Gewinn. Und 70 mit den 200, die schon verdient er, wenn schon 270. Stark, stark. So, wo ist denn der? Der hier ist es. Haufen mal noch ein paar Matches im Destructor. Destructor ist immer gut. U9, 3 Destructor, ziemlich grässlich. 100% Schmerz. Ich glaube, ich muss nur wieder mehr üben, aus dem Fahren zu schießen mit dem. Dadurch, dass bei dem anderen die so in einer Reihe sind, schieße ich halt nur, wenn ich nach vorne fahre. Ich muss hier den Kreiselschuss üben. Gefährlichen Kreiselschuss. Oh, guck mal, da ist nicht mal einer abgefallen. Der Kreiselschuss ist schwierig. Zumindest, wenn man so nah dran ist. Weiter weg ist, glaube ich, einfacher. Ja, von weiter weg geht besser. Das Tragische ist halt, dass nur zwei fusioniert sind. Zwei hatte ich halt aus dem Battle Pass. Boah, die ist direkt abgefallen. Boah, das ist ja mies. Kriege ich da auch? Da müsste ich doch eigentlich auch so ein Bein direkt abkriegen, oder? Ach, schade. Ich wollte es mal versuchen. Beine lasern. Und ich glaube, in dem anderen habe ich das Nachlademodul drin. Ich glaube, der andere lädt schneller nach. Ich bin aber nicht sicher. Ich kann gleich mal gucken. Oh, der hat aber richtig lange gedauert, der Raid muss. 15 Minuten, ne? Fast. Brutal. So, so. Dann geht es mal weiter hier. Oh, der hat Feuer. Warum flamet der hier schon rum? Na, vielleicht wollte dem anderen nur sagen, hey, ich habe auch Feuer, lass uns zusammengehen. Ach, der wartet hier. Da ist doch bestimmt auch Unsichtbarkeit drin, oder? Nee, das ist kein Flamer. So. Was ist der da oben? Was macht denn hier hier? Jawohl, eine Kette direkt weggeballert. Ja, warte doch, du kommst schon noch dran. Ist ja nicht so ungeduldig. Ja, das war ein schöner Kreiselschuss. Jo. Der Aufgebockte gerettet. Jo, da ist irgendwas geplatzt. Ah, der hat die fette Kanone drauf. Ah, die haben den Mangel. Das ist halt der Nachteil an der fetten Kanone. Ich habe mir die auch mal auf eine Deadman-Kabine gemacht. Man kann geil schießen. Aber nur die Kanone schützt halt. Verdammt. Das ist doch der Letzte. Das ist der, dem ich am Anfang direkt die Kette runtergeschossen habe. Jawohl, abgestaubt. Aber ich hatte noch gut vorbelastet. Von daher war das schon. Eigentlich war es eben einer. Ich hatte ihn markiert. Er hat geleuchtet. Das war meiner. Los, eine Runde noch. Einen schönen Destructor-Auto. Ja, ich lerne es langsam lieben, muss ich sagen. Das hier ist noch ein bisschen. Ja, hier auf der anderen Seite, wo ich die kleine Stoßstange dran habe, geht es besser. Vielleicht muss ich da noch was ändern. Mal gucken. Aber so weit, so gut es läuft. Oh, ein 4-Raid-Team-Attack. Ich hoffe, die sind saustark. Ah doch, das hörst du. Der ist mies. Ach nee, es sind nur drei. Ich bin etwas hier oben. Boah, me. Boah, me. Okay. Da hol die drauf. Armbrüste. Ich fahre hier mit dem Schwarm. Der hat ja oft das war immer gut drauf, der eine, oder? Okay, Fortunes rollen auch rum. Oh, die waren das Reifen. Ah, ein Red Shirt. Nee, da sind die Fortunes-Klo. Fuck. Fuck. Scheiße, der hat mir ein Riesenloch ins Auto geschossen, Alter. Ziemlich viel raus, inklusive der Unsichtbarkeit. Das ist schlecht. Oh, das ist der. Fuck. Ich habe noch zwei Waffen. Ich kriege ein paar Reifen weg von ihm. Ja. Komm, mein Benzidfass ist doch da. Ich habe zwar schon wieder ein Riesenloch im Auto, aber mein Benzidfass ist noch da. Und ich habe noch zwei Waffen vor allem. Ich glaube, wir müssen dem Serstu helfen. Nein. Nein. Ich werde sterben. Sorry, ich bin echt noch mal gut. Oh, und da ist Red Shirt und die Fortun. Fuck. Da bin ich ein interessantes Fortuner-Odo. Trink noch mal ein Schlickchen. Ups, bin ans Mikro gekommen. Weiter geht's hier. Oh, der ist auch nett. Ich bin ja tot. Stimmt. Oh. Den haben sie aber aus dem Leben genommen. Ah, mit Ketten hält die Karre ein bisschen mehr aus. Man kann ja schnell rückwärts fahren. Ah, schade. Er hat nichts getroffen. Das Nachladen bei der Waffe ist halt echt extrem. Das dauert so ultralange. Nein. Da hat er nichts getroffen. Aber was will er auch machen gegen fünf Leute? So wie es aussieht, haben die auch alle noch Waffen? Ja, selbst da hinten, der hat noch Waffen. Ah. Schade, schade. Naja, was soll's. Eine Runde haben wir gewonnen. Eine Runde haben wir auf den Sack gekriegt. Der Raid ist auch semi-gut gelaufen. Aber wir haben es geschafft. Von daher, denke ich mal, habe ich mir doch heute nichts vorzuwerfen. Oder er war ganz angenehm, hoffe ich. Fahren die nochmal kreisen. Verbrennen den Wehrlosen hier nochmal. So. Nieder ist er. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Crossout-Spaß. Tschüss. Tschüss.